Sie hat in ihr Leben noch nie French Toast gegessen. Das ändere ich jetzt. Aber dafür muss ich kurz einkaufen. Eier. Käse. Ein bisschen Sujuk. Mach ich die in eine heiße Fritteuse oder in eine Pfanne? Toast. Wer liebt Sujuk genauso wie ich? Jetzt will ich einen Kuss. Sujuk. Was ist hier mit dem Ei los? Das ist ein Außenseiter. So, und jetzt Eier mit Gewürze. So sieht das gut aus. Plattwalzen. Soße will sie nicht drauf. Sujuk. Noch mehr Sujuk. Auf meine zwei mit Senf. Käse. Deckel drauf. Und das drücke ich jetzt am Rand fest. Jetzt geht das Toast-To-Toast-Baden. Und es wird angebraten. Und gewendet. Das hier kommt in die heiße Fritteuse. So, das ist fertig und sieht auch geil aus. So, guck mal, die hier sind aus der Pfanne. Oh, ja. Oh, wie schmeckt dein erstes French Toast? Ja, ja, guck mal. Und das ist aus der Fritteuse. Oh, yeah.